Wenn das noch höher ging, dann fühlt es sich an, als wäre das eine Spur. Das reicht manchmal schon, die 3 mm. Das war 1 cm. 1 cm macht einen Riesenunterschied aus. Das und das und das und das. Das hier. Oh je, da muss ich aber erzählen. Sonst kriege ich Ärger. Wahrscheinlich unter dem Dach abreißen.